Es gibt ja Leute, die sagen, dass Sächsisch nicht erotisch ist. Sind die Bläder oder was? Wenn ich zu meinen Tischer ins Bett neigrabbel, da schmurt der auf wie mein Tschitscherin-Greiner-Trabbi und jault wie wenn ich mir das Simmel in Hieschönerframmel. Wir haben schon ein paar BS mehr, mir Sachsen-Bädels.